In Utsnach verfügen wir über sehr, sehr gute Verkehrsverbindungen. So sind wir in 50 Minuten in der Metropole Zürich und in 40 Minuten in der Hauptstadt in St.Gallen und natürlich auch wieder retour. Wir haben einen grossen Busbahnhof, wo die umliegenden Gemeinden gut bedient sind, wo sie dann nachher auf den Zug umsteigen können. In Utsnach können wir der Bevölkerung gute Lebensqualitäten bieten, sei das hier in Grinau mit einem Sprung in die Linde, sei das bei einem Spaziergang durch den Burgerwald oder sei das mit dem Velo entlang der Linde zum Zürichsee. In Utsnach können wir der Bevölkerung aber auch idyllische Wohnlagen bieten in heimeligen Quartier. Dank dem Spital Lind und einem gut ausgebauten Gesundheits- und Betreuungsnetz sind die Utsnacherinnen und die Utsner sehr gut versorgt. In Utsnach verfügen wir über 3500 Arbeitsplätze. Rund 300 kleinere, aber auch grössere KMU-Betriebe versorgen die Utsnerinnen und Dutzner mit Dienstleistungen und Gütern. In Utsnach können wir den Schülerinnen und Schülern eine gute Infrastruktur zur Verfügung stellen. Dank einem eigenen Hallenbad, guten Sportstätten, aber auch der Jugendarbeit, der schulischen Sozialarbeit und im Bereich der Frühförderung können wir doch Utsnach sehr sehr viel bieten. Berufsschülerinnen und Kantonsschülerinnen und Schüler können auf Rapperswil, aber auch die Kanti auf Wattwil in weniger als 15 Minuten den Standort mit dem Zug erreichen. Mit dem Kulturtreff Rotfarb und hier mit der starken Kolonie hat die Utsnach zwei Institutionen, die weit über die Region aus bekannt sind.